Moin und Willkommen zum neuen Fortnite Shop Video auf meinem Kanal und nein ich hab grad nicht gefordert das Fortnite Stuhl ähm der Shop kommt in 10 Sekunden vielleicht wird Aura oder sowas reinkommen vielleicht auch Galaxy Skin das wäre nämlich sehr sehr schön und dann gucken wir jetzt mal in den Shores ich dachte gerade Galaxy ok wer haben wir denn hier wir haben Party Prügler gute alte Lama nicht so meins das sieht am coolsten aus ist das neu ich glaub das ist neu das ist ein geiler Stil genauso wie das erste aber hier nicht so meins muss ich sagen Schilde auch nice durch das Cell einfach komplett nice geworden ähm mit Spitzecke noch nochmal einmal dunkel einmal hell dann äh dunkles Dino Kommando so beiden Stils hier auch nice genauso wie Rex Skins nice Skins Spitzsack nicht so meins dann haben wir noch die Elite Skins der ist ein guter der ist ein guter sweeter Skin würde ich mir auf jeden Fall kaufen aber leider keine Bugs dann Sternenbote dann Sternenbote auch nice der Skins reaktive Regierung ich frag mal ob die neue ist ich weiß jetzt nicht genau ich weiß jetzt nicht genau ist auf jeden Fall nicht schlicht aus Pausen Vergnügen hört man jetzt nicht wirklich den Sound Spare Ranger würde ich mir glaub ich aber eher diesen Skin nehmen anstatt Spare Ranger Twist und dann haben wir noch Finger Wiedler ja und wenn euch der Shop gefallen hat lasst doch gern Like und Abo da und tragt Creator GLP ein Werbung für German Let's Play und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao